Hiho und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zauberer Zunft, zu Battlemages, Sign of Darkness. Und ich glaube, ich stelle in den Einstellungen vielleicht die Musik und die Effektlautstärke etwas zurück. Ja, so ist es besser. So, wir müssen einen Bären töten. Wir geben dafür mal unseren Jungs hier entsprechende. Mist, da haben wir einen verloren. So, was habt ihr jetzt? Findet den vermissten Jäger. Ich habe ein schlechtes Gefühl über unseren Jäger. Er fuhr zwei Tage vor und hat nicht zurückgekehrt. Er kann nur verhört werden. Es gibt immer Hoffnung, dass er alive ist. Also, jetzt müssen wir einen Jäger suchen. Also, hier in den dunklen Wäldern wohl. Also, gehen wir hier rum, weil wir müssen auch nochmal zur Taverne zurück. Okay, so wie es aussieht, müssen wir dann hier rum. Ist noch jemand da draußen? Ich will da, Bär. So, den haben wir totgekriegt, bevor er größeren Schaden anrichten konnte. Kommt rein, Leute! Kommt rein, Leute! Aha. Okay, wir haben Mahnung aufgehoben und wir können unseren ersten... ...unser erstes Upgrade machen. Ich nehme mal jetzt wirklich magische Kraft, damit wir drei Zauberslots haben, was nützlich ist. ...erst einmal. Und ja, ich habe mich nochmal schlau gemacht. Wir können jede dieser Sachen nur fünf Level steigern. Also, insgesamt 20 Level, dann ist Schicht im Schacht. Können auch im Endeffekt dann nur zehn Punkte jeweils rausholen. Von dem wir auch jeweils nur fünf vergeben können. Also, fünf reinstecken können. Äh... Und ja, das hier scheint scheinbar falsch übersetzt zu sein. Der Rüstungswert steigt nämlich um zehn Prozent. Aber ja, ich hätte gerne die beiden hier, dass ich Schnellzauber wieder schneller auflade. Und hätte auch gerne... Also, hierfür brauche ich Lehrling für die nächste Stufe. Ich hätte dann gerne Segen noch als Schnellzauber. Und ja, im Augenblick können wir nur... In a minute. Come on, folks. Also, es gibt mehrere Höhlen hier, wo jemand drin sein könnte. Come on, folks. Habt ihr noch Energie, Schild? Ihr habt noch Energie, Schild, okay. Aber ihr habt kein Glück mehr. Come on, folks. Agreed. Und ja, ich glaube, beim nächsten Level-Up werde ich entweder Kampffähigkeit oder Diplomatie um eins steigern. Come on, folks. In a minute. Aha. Come on, folks. So, zwei Höhlen sind hier noch. Und dann könnten wir noch das Holz hier einsacken. Ich will aber kurz etwas warten, damit sich... ...die Lebenspunkte meines Trupps hier regenerieren. In a minute. Is there anybody out? I love an old-fashioned hunt. Come on, folks. Das ist nicht gut. I love an old-fashioned hunt. I love an old-fashioned hunt. Ah ja, man merkt, Glück bringt schon ziemlich viel. Au. Agreed. Come on, folks. So, in a minute. Ist jetzt in dem letzten der Jäger drin. In a minute. Aha. Das hier ist ein bisschen nervig. Huh? Hier durchzulanschen. Hier we are. Aha. Oh, er lebt sogar noch. All right. All right. All right. What? All right. As you wish. Aha. Könntet ihr bitte mal vernünftig laufen? Coming. Ah, also ja, die Kollision... All right. Is there anybody out there? Ist noch jemand da draußen? I'm here. You, my savior. You should have seen that monstrous bear, I stumbled across. I ran and ran for dear life until I was totally exhausted. Ich bin hier, seit meiner Rettung. Habt ihr den riesigen Bären gesehen, den ich getroffen habe? Ich lief um mein Leben, bis ich völlig erschöpft war. I'll take you back to your family. At your service. Coming. So, jetzt haben wir einen... ...Bauer, der unser... Unser Jäger sein soll. Agreed. Machen wir mal einen Quicksave. Sicher ist sicher. Agreed. Okay, wer auch immer sich das ausgedacht hat. Ey. In a minute. Huh? Aha. Well, coming. Aha. Coming. So, wie viel Freiplatz habt ihr noch im März genug? Alright. Yes. Agreed. Und ich sehe jetzt mal davon ab, denen hier weiteres Zeug zu verkaufen. In a minute. Weil kann sein, dass die anderen Städte das auch noch brauchen werden. In a minute. In a minute. In a minute. In a minute. Also, was heißt die anderen Städte? Es gibt ja nur noch Pic hier da oben. Na ja, was sagt die Enzyklopädie? Bauer. Bewohnstädte und Dörfer. Und so wie es aussieht, hat das Laden, naja, nicht viel geändert. Nee, ich bin zu weit weg. Ihr seid wieder zu Hause. In a minute. Agreed. So, wie viel Geld? Der Ogre will 250 Goldstücke. Ja, das können wir einrichten. Bin ich nur hier, um Bären zu ziehen und Jäger zu rennen? Ich kann doch noch viel mehr. Äh, was haben wir da hinten? Ach, der magische Turm, ja. Also gut, ja, Bescheidenheit ist nicht seine Stärke. Oh, Granvik braucht Holz, um zu wachsen. Da ist ja gut, dass wir Holz haben. Also, ja. Genau. Genau, 100 Holz. Ja, seid ihr einverstanden, 100 Holz abzugeben? Und das hat uns 300 Gold gebracht. Also ja, damit können wir auf jeden Fall, wenn wir hier zur Schenke gehen, den Ogre ausbezahlen. Wollt ihr für sie bezahlen? Ja. Nehmt euer Gold. Gold ist Gold. Hey, ihr! Geht verloren, bevor ich meine Meinung verändern. Die Orks werden niemanden mehr mit ihren Hämmern auf die Nerven gehen. Ja, dafür habe ich sogar mehr Geld gekriegt. Ja. Also ja, ich bin gewillt erstmal, da ich so viel Geld habe. Ne, kein Magier zu kaufen, sondern eine zweite Miliz. Also, meine Führungskraft auf 6 zu steigern, erst einmal. What? Agreed. Beziehungsweise meine Diplomatie heißt es ja jetzt. Dann könnten wir zum Beispiel gerade Lagerexperte hätte ich gerne. Und feindliche Kreaturen. Eigentlich hätte ich vieles hier gerne, wenigstens die ersten Punkte. Also ja, der nächste Punkt ist die Diplomatie, sobald wir... Aha, well. As you wish. Dann können wir uns nämlich noch einen zweiten Trupp Milizen holen. What? 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 Agreed. Aha. Mal gucken, was sagt der Turm? Oder müssen wir... Naja, wir müssen doch selber hinfliegen. Deine Aktion sprechen louder als Wörter. Sie sind bereit für mehr Herausforderungen. Die Guild-Elder fühlen eine Disturbance in der ätherischen Pläne. Die Signale kommen von dieser Umgebung. Geh mit den Lokalen und lehren ihre Legenden. Sie können ein bisschen Licht auf die mysteriösen Signale geben. Das weiß nicht alles, was du gelernt hast. Okay. Gut. In a minute. Äh, beschützt die Nordlande. Zündet die Leuchtfeuern. Hört euch die Legenden der Goblins an. Jetzt gehen wir aber erstmal hier diese Stadt platt machen. Oh, das ist ein Söldnerlager. Und ja. Biete dem Briganten ein Fass Bier, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Da könnte ich halt Schützen und Briganten anheuern. My troops are under attack. Uh-huh. Oh. Oh. Oh, na das wird lustig. That'll be fun. That'll be fun. At your service. So wird nah. Alright. Oh. Das ist schon mal schön. Wir haben Erfahrungspunkte sehr viel gekriegt. So, dann steigern wir die beiden Sachen mal. Also nächste Stufe. Und dann steigern wir die beiden Sachen mal.